Ich gebe mich immerhin. Daniel ist immer nützlich. Und jetzt? Rein, guck mal. Tödlich für Riesenspinnen. Ich töte diese Laderbesser. Äh. Juhu. Frostfreud. Du hörst den Hals. Ja. Joff. Ja, ja, ja. Ja. Oh ja, es ist Spinnerzeit. Ja, ja, first hit. Aaaaah. Arachnis ruft die Brust. Kann man den Scheiß abschießen? Aouch. Einfache Fahrkarte. Flo, raus da, Flo, raus da, Flo. Ja, ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's. Das Wiese ist immer drin, dann sieht man das ganz so. Arachnis hat gerade geboren, Leute. Deshalb rennt sich das kurz. Alle acht Augen sehen euch, weil Spinnen so viele Augen haben, versteht ihr? Cool, danke für den Hinweis. Seht her, der Herr voller Spinnen! Au, 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 au. Viele Viecher? Oh Gott. Nee, doch nicht. Oh, ist okay. Ist das jetzt super oder schlechter oder goldenes? Unverwundbar. Ah, okay. Es ist getan. Und jetzt? Soll ich ein Level ab? Oh, ich könnte mich mal heilen. Wir müssen Jeff vor der Aktualisierung raustreiben. Aber wir haben nicht viele Möglichkeiten. Diese Einrichtungen haben, äh, Geschütze, äh, nein. Elektrisierbare Böden, äh, nein. Ich guck da links hier noch ein paar Bonus machen. Sonst nichts. Eine Versuche ist es wert. Gut, äh, was ist das? Ich bleib mal hier drauf stehen. Ich guck mal so sehen. Hat er jetzt gebracht. Dann müssen wir wieder auf allen gleichzeitig, oder was? Wahrscheinlich. Dann gehen wir mal wieder da weg. Ah, noch ein Gegner. So, dann stehe ich mal hier drauf. Daniel, stehst du hinten? Ich stehe auf was? Äh, ich stehe den dritten nicht. Verdammt! Das mit dem Gas passiert mir viel zu häufig. Arachnis evakuiert! Ich bin jetzt ungesund. Keine Angst, ich kann heilen. Gut so. Wenn ihr nicht weglauft. Ja, ja, ja. Wagt, Zeug. Das ist so bedankt. Cool. Jetzt mach was Brutanes damit, sonst stehe ich dich kreischen den Minerals. Ich glaube, wir müssen wieder raus. 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 Ist ja gut. Jetzt wieder vorne. Hä? Was jetzt? Ja, der Boss war gerade auf der anderen Seite. Kann sein, dass die Luft gerade sehr vergiftet ist und wir kontinuierlich Schaden kriegen. Deswegen sind wir gerade rausgegangen. Ah, jetzt ist er hier. Jetzt ist er hier. Florian ist hier. Ich hänge hier fest. Ich hänge hier fest. Ich kann nichts machen. Ich kann überhaupt nichts machen. Jetzt kann ich wieder was machen. Kommst du wieder runter, du Depp? Jojo, ich brauche Heilung. Ja, ja, ich warte schon auf dich. Spinnenbabys. Das hier ist mein Nest. Hi, du Geschwister. Der Spinnenkönig hat euch. Du spinnst doch. Ich bin hier irgendwie da. Wer gefangen ist, es geht irgendwie. Ja, da sind am Boden, das sind ab und zu so Webnetze. Ja, Netzsymbole. So, mal heilen. Selber. Was ist das denn? Was machen wir da oben? Ich treffe trotzdem. Hahaha. Hier, Augmentierung. Also, ich bin gefangen. Kann ich da rausreißen? Ich kann nicht zu nichts rausreißen. Oh. Ich bin da. Oh. Ich bin da. Der Spierkönig startet den André. Äh, äh, ich bin da. Ich bin da. Und der ist wohl einfach. Wahnsinn. Du verlierst immer noch. Ja, ja. Äh, Feuerrad, hier Kunai, irgendwie in den Fall genommen wird. Ach komm, Handgriffstempo. Du bist so witzig. Ja, zieht sich zur Aktualisierung zurück. Desinfektion des Gebäudes einschalten. Yay. Nächstes Gebäude. Aua. Der schießt ja durch die Sau. Erstmal alles looten. Richtig. Prioritäten und so. Ja. Ja. Und dann hallo. Geht mir ins Netz, Leute. Höher. Ja, toll. Kannst du auch schießen? Ja, das habe ich ja hier stehen. Da gibt's irgendwelche Sachen. Katsachen hinter ihm. Ich weiß nicht, wo das richtig ist. Ich aktiviere jetzt auf jeden Fall gerade irgendwas. Ich auch. Ich geh jetzt weg, weil ich gar nicht sterbe. Ah, jetzt geh ich auch weg, weil ich schon scheinertiert habe. Oh, 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 oh. Ja. Weil ich sonst recht tot werde. Chisse. Hallo, shopا. Arachnis wird im Kampf als wahrer Krieger schrägstrich Spinne sterben. Sch promise. Aber als Krieger... Versammelt euch! So, mal ne Runde. Also ich hab hier mal diesen heiligen Steckten. Oh, oh. Ah, ah. wenn sie plötzlich hinter dir spawnen leben sehen bei euch gut aus oder schön dass er jetzt startet ich glaube es ist zu spät ja jaja jaja so was war das Lille hier okay dann gehts weiter außergewöhnliche Ausrüstung ja da bin ich einmal gespannt mit der Ausrüstung was wir dann noch machen können hatten basierend wenn ich das richtig gesehen habe mit diesem Marketplace mit anderen Worten wenn du es einmal gespielt hast ist es danach leichter weiß ich nicht aber da passiert schon wieder nichts oder kann es sein dass das irgendwie ein Spawnpunkt ist oder so ja meine ich auch aber wir sind noch nicht richtig genug gestorben sonst es ist hier irgendwas energienäßig oder Herausforderung wir müssen in 40 Sekunden 10 Sturmroboter besiegen dann einer zwei ich halte dich einfach mal gecharged ich sterbe jetzt auch gleich Moment so so zwei noch zwei zwei einmal abgeschlossen der Tiefen ist wie bei Diago 3 schau ich sterbe gleich ich wüsste jetzt noch gern was wüsstest du gerne wovon ich Schaden nehme es ist besiegt es ist ja auch einfach kalt ja das ist möglich es ist toll wenn man auf der Minimap Gegner sieht aber sie nicht da sind ah ja wenn man in diese in diese Kuppeln da reinläuft mhm ja die habe ich gerade gesehen ok es ist hier da das Ding müssen wir kaputt machen ok Moment ich hab es wir treffen ihn mit einem Logik Fehler Captain das wird nicht gehen das wird nicht gehen das ich mich raten wie die Gegner die hier angezeichnet sind oder ist das ein dicker Broad Toll. Oh nein, mein Hirn, mein Hirn schmilzt. Ich hab also mit Worten, ja? Cool. Hier ist was für euch zum Nachdenken. Na toll. Ihr habt bereits das meiste eures Lebens vergessen. Oh Mann. Was hab ich dir gesagt, Captain? Können wir das Ding bitte killen? Kontrollpunkt aktiviert. Ich hab's gesagt. Irgendwie ralligt trotzdem noch nicht so ganz, wer wer ist, der hier gerade redet. Ah, ja. Sorry, kann ich dir auch nicht erklären. Na, ich glaub, wenn man das Spiel öfter spielt und dann diese Mission ungefähr 200 Mal gespielt hat, hat man es dann irgendwann verstanden. Wann, du wirst mir so. Wie ich ab. Ah, explodieren. Okay. Wolltest du dich noch mit ihm unterhalten oder hätte ich nicht noch die Böse zu tun? Notfallbelüftung aktiviert! Das ist säuerisch aus! Bewegung! Also, er ist ja anscheinend unser, unser Freund. Der alte Knacker. Und anscheinend ist dann der, der Computer ist dann quasi der Böse. Wo spawnen die denn? Cold. Cold? I don't get it. Ja, auf jeden Fall müssen wir ins andere auch noch rein. Hier. Oder kommen wir da jetzt nicht rein? Ich verstehe halt irgendwie nicht. Auf der Karte sind so ein paar komische... Äh, äh, außen müssen wir doch wieder alle drei hier stehen und dann geht irgendwo die Tür auf oder so. Probieren wir mal. Soll ich nicht. Also, hier ist ja irgendwas mit Cold. So und so viel. Und dementsprechend... Soll ich mal was beim Hals... Oh, no. Hier geht's runter. Wo geht's runter? Das war doch gerade noch zu... Mein Beschiss. Aktiviert den Bohrer! Wir müssen schnell zum Magnus! Okay, wir müssen nicht uns... Diesmal müssen wir uns wirklich draufstellen. Ah. Jetzt haben wir einen Bohrer. Klitzeklein Bohrer. Der bohrt klitzekleine Löcher. Bohrer, Bohrer. Bohrer, Loot? Mach du mal Loot, ich guck Bohrer. Sieht nämlich ziemlich lustig aus. Wot the fuck? Oder komm, mach ihn aus dem Boden. Komischer Bohrer. Geh den wieder weg. Bohrer. Ich bin nicht sicher, was das ist, aber es ist groß, es ist riesig und es ist wütend. Es ist... Toll. Oh, Kiko. Was auch immer das ist! Bad. Galactic Emperor. Kann er auch was? Er ist nicht. Er hat sich gerade so zusammengekauert, als würde er irgendwas machen. Aber... Jetzt schießt er, ja. Ja, jetzt ist er gerade auf mir. Naja, macht ja nichts. Du hast ja noch mehr als volle Leben. Mehr als volle Leben. Nein, hast du nicht. Mehr als Hälfte der Leben. Ja. Auf. Ey. Nicht mehr in den Weg zu. Das verfluchte Ding regeneriert sich. Schnell. Erledigt seine Handlange, bevor es zurückkommt. Äh. Würde ich ja gerne. Ich komme, muss ich nicht an die dran. Also, die weg stößt. Daniel, erledigen mal die Handlange. Hinter dir ist übrigens einer. Ich wollte es nur gesagt. Ach, die Kicken. Ah. Ja. Die Animation habe ich vorher nicht gesehen. Wie immun. Du darfst nicht immun gegen meine Angriffe sein. So, stört mal bitte nicht, ja. Ja. Ja, immun ist ein bisschen doof. Sag mal. Sag mal. Au. Nehmen die wegschubsen. Wir müssen übrigens das Ding in der Mitte kaputt machen, damit der rauskommt, der Boss. Und der regeneriert sich. Ich glaube, ich bin, ja, du bist tot. Das ist super. Ich bin hier die Luft geflogen. Ich bin hier die Luft geflogen. Hau du aufgehend. Sagst du so. Wie blöde. Das ist ein viel, ne? Ja, aber jetzt nehmen sie wieder Schaden. So. Aha. Sie wollen wieder was. Lüft auf. Ohne Anfang. Ohne Ende. Ich treffe. Sag immer. Immun. Das ist scheiße. Das ist total geklopft. Oh, da ziehe ich wieder durch den Kaiser. Wenn ihr irgendwie Leben braucht, sagt Bescheid. Ich sehe es nämlich nicht immer. Ein Geschenk der Erde. Ein bisschen. Sicherheitshalber mal ein bisschen. Oh. Der ist schon wieder die ganze Zeit immun. Soll ich auch? Ich weiß nicht warum. Daniel sagt Heilung nicht. Ah, weil da weiß ich nicht, bedeutet das was. Heißt das, du kannst gerade nicht zielen. Heißt du wirst gerade angegriffen. Oder du wirst nicht leben. Alles. Und wenn hier ein Pilz steht, dann stelle ich in die Nähe der Halt nämlich. Oh, ich bin lecker. Ach, danke. Brennende Wut. Apropos. Was habe ich denn für eine Argumentation? Äh. Ah. Heilstrahl. Also Immun ist echt unwitzig. Können wir an irgendeiner bestimmten Stelle treffen? Da wo es hell ist? Bin mir nicht ganz sicher. Da wo der Totenschädel ist? Nö. Also manchmal mache ich ihm Schaden, aber... Ja, aber es ist irgendwie nicht ersichtlich, was der gerade Schaden macht. Ich glaube, er hat da so in der Brust so eine weiße Fläche. Ich glaube, die kann man immer angreifen, aber... Ja. Recht sicher, dass das was ist. Okay. Dann schließen wir da mal rein. Kann der mal stillhalten? Würde helfen. Wasserfluchte Dinger regeneriert sich. Schnell wieder. Na wo kommt er hoch? Na wo kommt er hoch? Na wo kommt er hoch? Erst mal die Gegner hat rumrum. Mit anderen Worten, diese Frostküter sind genau derselbe Spaß. Ja, auch Frust. Man ist ja krass. Ich finde es schön, Flo, wie du sie vor dir hertreibst. Das ist ein bisschen schwieriger, als Fernschützer auf dieses Ding zu zielen, weil die sich die ganze Zeit bewegen. Ach, das ist einfach ein Ding. Kein Stress, Flo, wo sind Sie da? So, der ist nicht da hin. Der ist ja gleich wieder voll. Au, neben. Ey. Geh mir fest. Ins Gesicht. Auf die Dorschen. Ich hab keine Ahnung, ob das was nutzt oder ob das was macht. Au. Ey, wollte ich jetzt nicht nähere Bekanntschaft noch mal machen. Komm, 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 komm. Ja, es ist alles. Ich glaube ja, ich seh zumindest nix mehr. Die Pockets. Ist das so? Oh. So wartet mich das. Hm, das haben wir vorgegangen. Wüsste immer noch gern, was das hier ist. Ich würde sagen, es checkt bei uns immer über Neustarten. Also das stimmt. Ja, aber manchmal ist es ja, er hat einen Kontrollpunkt aktiviert und das ist nicht in der Nähe gewesen. Aber es kann sein, dass der Kontrollpunkt aktiviert ist und dass das dann da ist, wie auch immer. Ja, ich bin auf der Säule. Ich bin auf der Säule. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Wir müssen aber hier runter. Also maximal tief runter. Na gut. Der Heiler geht mal vor. Geronimo! Soll ich falsch an? Ich wollte es nicht testen. Ne, sieht nicht so aus. Wahrscheinlich nicht. Die fallen so langsam. Ja genau, ich habe auch so einen krass langsamen Fall. 20 Schwärmer in 45 Sekunden. Los geht's! Charge! Sind das die da? Okay. Ich hoffe, ihr könnt nach der Nummer noch kämpfen. Die kommen von vorne. Die sind da, da. Okay. Moment, los. Daniel, schieß du mal bitte auf die Sniper von oben. Ich sehe hier keine Sperre. Ah, die, 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 die da rechts. Das sind die Kleinen. Die Kleinen in der Mitte sind. Diese ganz Kleinen. Schauen, wenn ich nicht in die Lama falle. Ich sterbe gleich. Also, nicht ganz, aber ich habe schon ein bisschen Eilung. Jo. Oh, das ist gescheitert. Was haben wir denn? Ich habe es nicht mal gesehen, schau. Ich sterbe schon wieder fast. Hilfe. Die Dinger. Ja, die, die da rauskommen tatsächlich sogar. Ah. Ich habe den Typen vorher noch nicht mehr gesehen gehabt. Aber schon ist. Ja, die kamen auch erst später. Und von der Seite. Ja, ja, super. So. Das zwei kommen. Herzhals. Tschüss. Herzhals. 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 ab. Was können wir denn argumentieren? Come the fuck on, wir sterben. Ja, Wirkungsbereich ist doch cool. Ah, Lava macht tatsächlich Schaden. Ja, hätte ja Fake-Lava sein können. Die kennen wir ja von irgendwoher. Pst. Zeug. Alles Zeug. Common Gear for the Team. Ah, brav. Jeder nimmt ein. Wenn wir das jetzt doch geordnet gemacht hätten, dass wir gleichzeitig fliegen. Das sieht so aus, als ob ich meine Beine breit hätte, aber es wäre tatsächlich nur der Mantel. Was ist das? Und jetzt? Plattformen zum draufstellen. Ja, dann stellen wir uns mal drauf, oder was? Ja. Oh, war da hinten noch was? Wird schon nichts gewesen sein. Nichts Wichtiges. Hallo Endboss. Das war's. Ja, das war's. Jetzt ist es ein anderes Bein. Welches Bein ist es? Das mittlere Grundsatz. Ei! Ah, da. Das geht so schnell. Blut für Blut. Und das mieterweise. Mhm. Ja, komm, 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 komm. Komm, heil. Ah, ein Bein ist tot. Yes! Also eine Zelle in einem Bein. Hier auf meiner Seite ist es nicht. Ich glaub, der hat mehrere, oder? Hier ist auch was. Ach, scheiße. Was ist denn jetzt? Mach dir einfach mal was. Hilfe! Ja, sobald ich dann kommt. Ich hab nicht ne universale... Der noch weg ist schrecklich. ...unaufhaltsam und ein Strudel der Gewalt. Ich hab das Spiel mit Controller ist voll. Und... Yay, wieder Hans. Vielleicht. Ah, wir müssen mit eingreifen. Ah, sagt es auch jemand. Hey, ich lebe! Okay. Die nächste Mal. Ja, ja. Muss man wissen. Ja, jetzt wissen wir's. Komplett. Hat sich wahrscheinlich regeneriert in der Zeit. Nee, nee. Der kriegt, glaub ich, nur so mit Schaltschaden, sondern das Ding da unten ist. Ja, ja. Aber den Schaden, den er hatte, oder wie auch immer. Ah, Timing! Wow! Wow! Hat irgendwie wenig Leben, oder so? Weniger als voll. Ja, ich komme mal. Schauen wir mal, ob das auch reicht. Ja, er muss grad, glaub ich, nachladen, oder so. Wow, wow! Jetzt brauche ich Heilung. Ja, ja, ich versuche gerade. Geh, komm, Schritt zurück, komm, Schritt zurück, komm, Schritt... Welcher Schritt? Welches zurück? Wo bist du denn da? Dass du da gerade warst. Was sagst du? Das ist bei einem runden Ding so ein bisschen schwierig, so zurückkommen. Ja, du bist... Wow! Du bist in eine Richtung gerannt, und das war die andere. Der Pilz heilt Scheiße, ihr braucht? Oh, stopp. Daniel, du rennst zum Pilz. Nö! Dieser Scheiß ist noch weg! Wenn ihr Glück habt, solltet ihr eigentlich von meinem AAU gerade geheilt werden. Wenn ihr Glück habt. Jaaa! Wo ihr schon den weiten Weg habt. Daniel, wo bist du? Äh... Na, da. Seh dich. Mach dein Bein auf! Mach dein Bein auf! Mach dein Bein auf! Mach dein Bein auf! Mach die Beine breit, was? Achtung, der schießt ein Schmarrn! Bein auf! Yay, Bein auf! Ach, Schmarrn! Bein auf! Lass das Bein da! Er ist ein zweites Bein weg. Sehr gut, dann Mitte, 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 Mitte. Oben noch die Kugel, oder irgendwo unten drunter. Au! Na, dann wieder weg. Die Beine halten jetzt nicht immer wieder mehr aus. Wir bieten ein Ende! Ja, wo bin ich denn da bin ich? Oh, ich hänge da sind da runterfallen, glaube ich. Nein, etwas. Blut für Blut! Halt dich! Halt dich! Also eine Millisekunde bevor mein, äh, mein Dich landet, den Dinger zu machen. Ja, das kommt. Die Sachen runtergefallen. Ich weiß nicht. Ich schütze den mal für die Energie kommen. Ja, das muss doch gut. Oh, wenn der sich nicht ständig drehen will. Komm, 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 komm. Jawohl, eins kaputt. Sehr gut. Deine Last volle Leben, ja. Ein Riesenspaß. Überraschend, aber ja. Wissenschein? Au! Wow, wo bin ich denn jetzt? Arzt, heile dich selbst. Was? Ah, heile dich selbst, 20 mal durch Sammelobjekte. Sehr cool. Oh Flo. Bist du wieder zu weit weg? Ich kann nicht in deine Richtung. Wunderbar. Oh, die Sachen am Boden. Vorsicht. Na gut, markieren. Oh, was ist das denn? Ergegner, ergegner, ergegner. Ergegner, ergegner. Bein tot? Ja, Bein tot. Und ich komm nicht raus. Shit. Lass mich raus. Ich komm nicht raus. Ich komm nicht raus. Ich steck in seinem Bein fest. Ich steck immer noch in seinem Bein fest. Jetzt. Da mussten halt, Daniel würde ich das allein machen. Ja. Ja. Ja, also ich konnte sein Bein sich auch irgendwie anscheinend schade machen, aber. Hm. Komm mal, stell's noch so'n Heilteil. Für den, ich, für die, das Ding. Auch. Okay, ich heil mich. So, noch mal. Au. Ah, kann es sein, dass wir hinten drüber springen müssen? Ich hab's versucht. Das hat nicht funktioniert. Kannst du mir alles nicht in Ordnung? Ja, gleich. War mir grad etwas kritisch. Selber. Letzter komm ich. So, hast du es auch wohl erlebt. Für den Moment. Kannst du nur noch um Sekunden handeln. Grundein. Oh, bitte. So, beide werden fertig. Ich mach diese... Um-Bots dabei. Weiß nicht. So, einmal noch. Einmal noch dieses Malchen. Nee, oder haben wir schon? Nee, nee, nee. Der hat noch liegen. Der fällt ganz so nicht zusammen. Der sieht nicht mehr ganz gut. Das ist auch nur noch Kopf. Oh, sehr gut. Das ist jetzt halt schön nackend bei mich. Super. Mach mal was. Mach mal. Oh, er zieht mich ran an sich. Ah, interessant. Äh, ich fliege gerade sehr hoch. Sieh nichts. Schau mal, ob du zielen kannst. Ah, er hat's nicht am Boden. Wo ist denn? Da ist er. Ah. Nein, bitte. Huiiii. Ja, Daniel macht das schon. Für irgendwas haben wir ihn ja mitgenommen. Ich versuche dich dabei mal eine Runde zu heilen. Er ist ja nicht tot. Yes. Sehr gut. Aber nicht. Oh, das ist ja nicht. Aber trotzdem. Ihr habt ihn. Ihr habt Isaac. Ja, ha, 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 ha. Ähm, ähm, ähm. Ich melde den VfR unseren Erfolg und denkt daran, den Magnuskern aufs Schiff zu bringen. Ich habe, ähm, ähm, einen Plan, was wir damit machen sollten. Ja, ha, 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 ha. Blöd, nicht? Yeah, Mission abgeschlossen. Yeah. Endpunkte 63.101. Ja. Ist ja schön, dass wir zumindest alle dieselben Punkte haben. Und jetzt? Neuer Charakter. Okay. Das dachte ich mir, weil ich vorher irgendwo in der Auswahl habe gesehen. Ähm. Mhm. Okay, cool. Continue. So, so. Neues Beutepaket. Ungewöhnlich irgendwas. Neuer Titel Sucher. Neuer Titel Botaniker. Neuer Battleborn Isaac. Neues Beutepaket. Okay. Jetzt geht's aber los. Neuer Spott, die Herausforderung. Irgendein... Halm... Helm. Helm. Ein Handyman. Allzweckgerät. Sehr cool. Damit kann man rechts klicken und... Ich bin jetzt Command Rank 3 anscheinend. Charakter Rank 2 und fast 3. Äh, ja. Charakter Rank 2. Kommando Rank 2. Charakter Rank 3. Oh, ganz knapp. Ja. Ebenfalls. So. Gibt's noch ein bisschen Credits. Was gibt's jetzt noch? Das war's. Okay. Spielzeit 53 Minuten. Also, wir werden das vermutlich in zwei Teile aufteilen, wie ihr wahrscheinlich eh schon gemerkt habt. Hm. Genau. Cool. Äh, mal schnell schauen unter... Oder zurück. Genau. Wir sind alle... Alle jeweils einmal revivet worden und einmal respawned. Ist das nicht schön? Was? Ich wurde... Stimmt. Gut. Dann schauen wir mal in die Kommando-Zentrale. Da müsste ich ja jetzt irgendwie Ausrüstung haben. Keine Freigabe. Der Kommando-Zugriff erfordert mindestens Rang 3, okay? Ich hab's so viel Schaden genommen, wir beide zusammen. Ah, Schade. Hab ich gar nicht mehr gesehen. Ähm. Obwohl das Ende aller Dinge bevorsteht. Ähm. Vielleicht unter Spielhistorie. Genau. Hier. Der Algorithmus. Da. Genau, da kann man es mal sehen. Unter was hast du es gesehen? Bei Statistiken. Ja. Ähm. Sieht man irgendwo, wie viel ich geheilt habe? Ja. Sieht man auch. Sah man auch. Äh. Assists. Ausrüstung. Da. Erlittener physischer Schaden. Wenigster. Yes! Verursachter Schaden. Ja. Okay. War ich halb? Äh. Verursachte Heilung. 51.000. Ja. Okay. 52.000. Doch. Etwas. Ich gehe voll auf Damage-Deadler, oder? Ja. Also Plus Critical Hit Damage und Minus Shield. Wo hast du das jetzt? Bei Ausrüstung. Unter Command. Hier. Aber wie? Wie? Ich durfte noch nicht. Ach du bist Level 3, du Cheater. Was? Ja Command Rank, ja. Ja, wir nur Level 2. Hahaha. Das ist doch Scheiße. Hahaha. Das ist doch Scheiße. Für fast Leute. Das ist doch Scheiße. Wieso das denn? Okay, ich brauche. Ich brauche 4000 von diesen komischen Münzen, um einen zweiten Spot zu anlocken anscheinend. Das ist doch Scheiße. Jura. Hier immer. Äh. Also jetzt haben wir den Kerl freigeschalten. Ich finde ihn gerade gar nicht. Den Isaac? Wo ist er denn? Isig. Da ist er, Isig. Ah, sehr gut. Ich kann die schwere Rüstung nehmen und dann die mich langsamer macht, aber dann ein anderes Ding reintun, was mich wieder schneller macht, um es auszugleichen. Sehr gut. Gut. Äh, ich würde sagen, äh, wir schauen mal, vielleicht spielen wir noch eine Story, weil ich finde das war ganz lustig, oder? Jo. Mir hat Spaß gemacht. Daniel? Außer, dass der Flo schon Level 3 ist, sonst... Das ist für die Freude, aber sonst... Das hat mir ein bisschen Spaß gemacht. Also, ich muss sagen, das ist ein bisschen Scheiße, weil im Prinzip, ja, äh, Entschuldigung, dass ich nicht so viel Schaden mache, liegt daran, dass ich heile. Haha. Kack, Noob. Okay, du stürzt jetzt. Gut. Okay, gut. Also, äh, sagt doch mal, was ihr von dem Spiel haltet, interessiert uns, ob wir, ob ihr da auch noch mehr Folgen sehen wollt, ähm, und, genau, also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.